RATAN LA-TAN RATAN LA-TAN RATAN LA-TAN RATAN LA-TAN RATAN LA-TAN Grüß dich, ich brauche dringend neue Winterreifen. RATAN LA-TAN RATAN LA-TAN RATAN LA-TAN RATAN LA-TAN Grüß dich, ich sollte dringend die Reparatur machen lassen. RATAN LA-TAN 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 In diesem Fall seid ihr die Frau Eigenmann, die Chefin dieser Garage. Ja, in diesem Fall bin ich das, ja. In diesem Fall seid ihr die Frau Eigenmann, die Chefin dieser Garage. Selbst für natürlich, in diesem Fall bin ich das. Was? Habt ihr ein Ersatzauto? Ist es ein Vierradantrieb? Äh, äh... Uh, Automat! I'm a real wild one. Was hat die Alte Ma? Was läuft? Ich bin Roland Eichel. Klickt ihr alle Unfallautos? Was ist denn das? Gehört der nicht zu einem grünen Golfgatei? Äh... Nein. Wenn ich dir kurz etwas Längers erklären dürfte, dann habe ich gleich heute Morgen getrennt. Ha! Was für ein kompletter Hubbub! Es ist immer noch sehr emotional für mich. Und was wäre eine andere Epsi, Signora, für ein Auto? Ja, natürliche Opel. Vor der Garage zu Hause zu messen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020